Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieser Mann hier, das ist ein Autor, der schreibt Bücher, Marcel Beres heißt der, der war im Fernsehen, der ist bekannt geworden durch sein Buch vom YouTuber zum Junkie und der war jetzt bei Stern TV. Ich würde gerne mal schauen, was der gesagt hat, der ist unter anderem der Cousin von Tommy, daher könnt ihr ihn vielleicht kennen, er wurde 1999 geboren und ist noch relativ jung und ich würde sagen, wir schauen mal ganz auf, was der Mann hier bei Stern TV gesagt hat. Tana Bleik, herzlich willkommen bei uns. Guten Abend, Moin. Wenn Sie sich da zuhören, was glauben Sie, wie viel von Ihren Jugendlichen? So, Style Check, ganz kurz, Birkenstock, ne, 10 von 10, Jogginghose, ne, 12 von 10, Goldkette, ne, 13 von 10, Rolex, ne, 14 von 10, keine Kette, kleine Abzugspunkte, get on my level und hier oben die, ah, Digga, was ist denn das nochmal, das mit dem Herz, äh, wie heißt denn das nochmal, Digga, Mann, wie heißt die Marke, Kiel, Alter, sag's mir doch. Komm, Chat, wie heißt die Marke, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist Frauenarzt, äh, ist eine, das ist eine, oh, das sieht aber aus wie diese Marke, wie heißt die? Komm, das sieht aus wie eine kommende Gaston Cap, okay, krass, das ist eine Frauenarztkappe, ähm, ja, Style Check auf jeden Fall, schon mal komplett bestanden, was der Moderator hier anzieht, verstehe ich nicht, äh, hat auch eine Uhr an, aber ein Anzug und keine Jogginghose, keine Birkenstock, kann ich persönlich jetzt als Durchschnittsbürger nicht relaten, äh, cringe, wer keine Jogginghose anzieht. Äh, eine 900 von 10 auf jeden Fall an der Stelle. Die Fans nehmen sich die Worte zu Herzen und nehmen ihre Videos zum Anlass jetzt mal richtig fürs Medien. Man sieht auch, er ist noch relativ jung, er hat hier, äh, draufstehen, hat sich hier was auf den Kopf gemalt. Ich hoffe, viele. Ah, die ist von Orgi, die Kappe, okay, chilliges Logo, aber. Fang, geil, so ein Lamborghini von Fortnite finanziert, hätte ich auch gern. Das ist nicht die Realität, aber ich kann auch viele Ärzte, die ein Lamborghini fahren, also so ist es nicht, ne? Ja, kann sich auch lohnen, hab ich auch von gehört, aber, äh, tatsächlich gibt's ja viele, die sagen, ah, der macht, macht sich's leicht, ne? Der verführt Kinder zum Zocken, zum Online-Glücksspiel, kennen sie alles diese Vorwürfe und sie sagen immer, ich bin kein Vorbild. Kann man sich's so einfach machen? Da bin ich jetzt mal, äh, gespannt. Äh, was heißt gespannt? Ich hab's schon gesehen, aber wir schauen uns trotzdem nochmal zusammen. Ich tue einfach so, als hätte ich's nicht gesehen. Der Reaction-Fake in der Boss. Ja, also, ein Vorbild ist man immer, ob man's möchte oder nicht. Richtig und wichtig, was er da sagt, man kann sich, dieser Vorbildfunktion, hab ich gestern auch in diesem Stream gesagt, nicht entziehen. Es geht nicht, Digga, man, man, man kann nicht sagen, ich bin kein Vorbild, das funktioniert nicht. Letztendlich sollte man natürlich auch dementsprechend... Der hat hier ein großes Muttermal unter dem Auge, das sollte untersucht werden, ja, doch ne komische Form, ne? Versuchen zumindestens, gute Werte mitzugeben, ähm, aber am Ende, letztendlich, sollten die Eltern überprüfen, was ihre Kinder oder die Jugendlichen im Internet schauen, ne? Das Spiel, was man im Hintergrund gesehen hat, zum Teil, die Spiele, die Call of Duty, wir sind ja auch ab 18, so, da schauen aber auch viele jüngere Leute zu. Das ist real, da muss ich ihm vollkommen recht geben, Max, 39, Digga, danke für die 5-Giftung-Zaps, Küsschen, Digga, auch Nüsschen, natürlich, klares Ding. Monte, muss ich ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen Bedenken, ich hab auch später nochmal ihm geschrieben, Digga, ich dachte, okay, krass, du bist wirklich gut weggekommen. Ich hatte anfangs ein bisschen Sorge, dass sie ihn irgendwie da öffentlich zerpflücken und so und dass Marcel sich da auf irgendwas eingelassen hat, weil es ist halt Stern TV, die haben eine sehr gute Redaktion und die gehen auch gerne mal mit Gästen hart ins Gericht und so und ich glaube, ihr fühlt, wenn ich meine, dass ich ein bisschen Angst hatte, dass er irgendwie von denen so ein bisschen gefickt wird, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist zum Glück nicht passiert, er hat auf sehr viele Sachen sehr, sehr gut, sehr, 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 sehr gut, ja, der Chat sagt gerade auch, alle checken das, sehr, 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 sehr gut reagiert und sehr, 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 sehr souverän tatsächlich da geantwortet und so. Das muss ich sagen, also er kam wirklich sehr sympathisch rüber und hat wirklich seine beste Seite nach außen gekehrt, das finde ich gut, muss ich ehrlich sagen, also da habe ich mir, ich hatte ein bisschen Sorge, Digga, dass er da ein bisschen angefickt wird, so. Das müssen die Eltern am Ende überprüfen, was? Möchtest du als Vorbild angesehen werden? Ich, wahrscheinlich bin ich es einfach, ohne es zu wollen. Ich versuche, ein gutes Vorbild zu sein in manchen Dingen, ich sage genauso viel Scheiße wie jeder andere, äh, ich habe sicherlich Seiten, die man als Vorbild nutzen kann, aber wahrscheinlich auch ganz viele Seiten, die halt, äh, die halt nicht als Vorbild zu, zu sehen sind, ne? Äh, safe. Was ihre Kinder im Internet konsumieren, denn die Eltern stehen ja auch, die Internetleitung zu verwenden. Nobisch, danke schön. Da steckt eine gewisse Logik hinter und trotzdem, sozusagen, wissen Sie natürlich, wer zuschaut, also wie, wie alte Jungs und Mädels sind. Ja, na klar, natürlich, ja, ich weiß natürlich nicht direkt, weil, wenn mir jemand zuschaut, schreibt er nicht direkt sein Alter dazu, ähm, aber natürlich schauen auch viele junge Leute zu, das ist klar, ja. Jetzt frage ich hier so kritisch nach, dabei war das tatsächlich ein Wunsch von Ihnen, dass Sie unbedingt hier in diese Sendung wollen, äh, warum eigentlich, um Imagepunkte bei Oma und Opa zu sammeln, oder warum ging es? Die Imagepunkte bei Oma und Opa bräuchte ich nicht sammeln, aber ich, äh, weiß, um. Das ist das Ding. Der Moderator hat so ein klein bisschen targetiert, hat so gekommen, so, mit so, ja, warum sind Sie denn jetzt hier so, was ist denn jetzt die Idee dahinter? Und ich finde halt, so wie er reagiert und wie er das sagt, wirklich sehr, sehr gut. Also, äh, ja, Digga, ich hab mir wirklich Sorgen gemacht, ich hab mir wirklich Sorgen gemacht, dass da wieder so ein Riesending out of context gerissen wird und wieder das eine oder andere Statement halt so, ich muss ärgen. Wie gesagt, da kommt er wirklich sympathisch rüber, wirklich, also, ja. Oma und Opa, äh, sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen und, äh, die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern TV. Opa... Digga, hallo. Äh, auch eine Sache, ähm, das finde ich auch immer so geil, wenn ich sowas wie, wer weiß denn sowas oder so eine ZDF-Doku oder sowas mache, ist das für mich nicht so ein Ding, dass ich sage, ich profilier mich, ich war im TV, sondern ich freue mich am meisten darüber, dass Oma mich im Fernsehen sehen kann. Das ist Real Talks so, das ist Real Talks so, weil die Oma hat kein Internet, aber Oma weiß, was Fernsehen ist und wenn Oma mich im Fernsehen sieht, dann, äh, freut mich das tatsächlich, das macht mich immer stolz. Hallo, Opa geht dann meistens raus, weil er irgendwann keine Lust mehr hat auf die Leute, die dann im Beitrag zu sehen sind, weil er sieht immer alles anders. Oma ist der Fan. Oma schaut sehr gerne, ja, ja, klar. Okay, und das war tatsächlich ein Grund, dass Sie gesagt haben, also, da, da geh ich auch mal hin zu Stern TV und dann... Ja, weil, letztendlich, Stern TV wird zwar bei RTL gesendet, aber es ist ja eine andere Redaktion dahinter und dementsprechend auch eine andere Berichterstattung und, äh, ja, dementsprechend war es für mich okay hierher zu kommen. Finde ich gut, finde ich das gut, dass er das nochmal klar steht, dass er eigentlich nichts mit RTL zu tun haben möchte. Neu Sie, Davio, danke schön für das Resubskuss. Ähm, aber hier nochmal sagt, nee, ihr seid eine andere Reaktion, ich kann da differenzieren, ich hab Bock auf die Sendung, ich find das cool, was ihr macht, find ich wichtig. Hätte da Lust zu. Und ich will jetzt hier auch nicht Arsch kriechen, Digga, wenn er jetzt irgendwas Dummes gesagt hätte, wisst ihr, wie ich bin so. Ich hätte da natürlich direkt, äh, Finger und, ach, gib ihm. Aber hier, souverän, muss ich ganz ehrlich sagen, souverän und, ähm, auch von Stern TV sehr sympathisch gewesen. So, das andere RTL-Programm ist auch schön, aber da gab's mal eine Begegnung, ähm, vor einiger Zeit, die auch Spuren hinterlassen hat, aber umso dankbarer sind wir, dass sie hier sind. Warum sind Sie eigentlich bei Oma und Opa aufgewachsen? Gab's da Gründe für? Ja, also ich muss da ganz kurz korrigieren, es war nicht, weil meine Eltern sich getrennt haben. Meine Eltern haben sich schon getrennt, aber ein kleines Baby. Meine Mutter ist, als ich 18 war, ungefähr weggezogen auf ein kleines Dörfchen. Da hätte ich auch mitziehen können, das war gar kein Problem, ich hatte da ein Zimmer gehabt. Er hat sich drei, er hat sich zwei Monate nicht rasiert für drei Tage, was. Aber zu der Zeit war ich halt drogenabhängig und auf einem kleinen Dörfchen kennt man das. Ich hatte keinen Führerschein, wäre irgendwie für zweimal am Tag der Bus gefahren und deswegen wollte ich nicht mitziehen, weil von dort aus hätte ich sehr schlecht meine, äh, Drogen organisiert bekommen oder allgemein mit Freunden treffen, etc. Und deswegen bin ich da nicht mitgezogen und zu meinen Großeltern gezogen. Im Chat. Dorfgras, Dreck. Die Irre, was mitgemacht haben mit Ihnen, da machen Sie ja auch keinen Hehl draus. Also Sie sind unglaublich geduldige, liebevolle Menschen mit einem ganz, ganz langen Atemwahn. Sie haben gerade gesagt, Dankbarkeit beschreibt das eigentlich gar nicht, was ich Oma und Opa gegenüber fühle. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass, wenn Sie darüber reden, da klopfen von Ihnen schon so die Tränen an, oder das? Ja, schon. Ich bin nicht jemand, der oft weint oder eine Träne im Auge hat, außer bei Tierdokumentationen, da bin ich immer sehr leicht am Wasser gebaut. Auch wieder ein Sympathiepunkt hier gesammelt, rein Rhetorik, wenn man das jetzt hier so analysieren möchte mit den Rhetorik-Skills, die ich mitbringe, was nicht viel ist. Smart gemacht, Digga, smart gemacht. Gerade heute wieder geweint bei der Tierdoku, muss ich gestehen. Aber, ja, Rhetorik mit CH am Ende, ja, der kann nicht reden, dieser dumme Revinzeit, haha. Meine Großeltern sind mir schon sehr, sehr wichtig und ich wüsste keine Worte, die ich jetzt sagen könnte, die das eigentlich widerspiegeln, was ich für die empfinde. Weil, wie Sie gerade gesagt haben, ich habe sehr viel mit denen erlebt, sowohl Negatives als auch Positives. Ja, die haben Sie vor die Tür gesetzt irgendwann, ne? Opa hat gesagt, jetzt reicht es. Abdachdürfen. Wissen Sie noch, was Oma in dem Moment gesagt hat? Bei Landsberger, Lärtschuh. Der fliegt hier raus, der hat noch eine Nacht und dann ist er weg. Normalerweise hat Oma die Hosen zu Hause an, aber an dem Tag hatte Opa die Hosen an, würde ich sagen, denn Opa hat mich zu Recht rausgeschmissen. Er hat mir sogar noch großzügiger Weise die Möglichkeit gegeben, eine Nacht dort zu schlafen. Das ist schon eine krasse Story, die er mitbringt, ne? Das ist schon krass. Eine Gnadennacht? Genau, eine Gnadennacht so mäßig, kannst ein, zwei Kollegen anrufen und schauen, wo du am nächsten Tag bleibst. Aber letztendlich, die Reaktion, die er da ja gebracht hat, war ja vollkommen zu Recht. Und ja. Es ging ja nicht nur um den nächsten Tag. Wo sind Sie die nächsten Monate geblieben? Wo haben Sie gepennt? Wo haben Sie gewohnt? Also zu dem Zeitpunkt hatte ich eine Freundin, da konnte ich immer mal pennen. Ich habe bei Kollegen auf der Couch gepennt und wenn halt gar nichts ging, die Geschichte wäre jetzt zu lang, um sie zu erzählen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt den Generalschlüssel von meiner alten Schule. Das ist ein Traum, das hätte ich so gerne früher gehabt. Ich hätte no joke so gerne einfach den Schlüssel für die Turnhalle gehabt von meinem Dorf. Digga, Trampolin, nachts da rum, Mattenwagen und auch meine Turnhalle. Ihr wisst schon, reden wir nicht drüber. Oh, Träumchen, Digga. Ich glaube, irgendwann muss ich mir einfach eine eigene Turnhalle bauen, wa? Ach so. Ja, hat sich dann zu dem Zeitpunkt dann ganz, ja, war ganz passend. Dann habe ich auch öfters mal da geschlafen in der Turnhalle. Wie kommt man an den Generalschlüssel der Schule? Angewandt ist mal jemand zu mir. Die Turnhalle. Wie kommt man an, der hat den Schlüssel. Ich habe ihm zwar nie Gras dafür gegeben und dann war es mein Schlüssel. Und dann sind Sie nachts in die Schule und haben dann nicht nur gepennt, sondern auch ordentlich was ausgeräumt. Beamer abgeschraubt, Umkleidekabinen ausgeräubert. Ich habe mir das genommen, was ich nehmen wollte zu der Zeit, um meine Drogen zu finanzieren. Es hat eigentlich nur damit angefangen. Eigentlich ursprünglich wollte ich den Schlüssel nur haben, damit wir nachts in die Sporthalle rein können, uns da gemütlich ein kleines Lager aufschlagen, eine Runde Basketball spielen, Fußball spielen. Aber je abhängiger man geworden ist, desto mehr Geld brauchte man auch, desto weniger Möglichkeiten hatte man. Und irgendwann war für mich die Entscheidung so, okay, ich habe den Schlüssel, ich kann da auf Stellewelle ein bisschen Geld machen und habe da relativ wenig Hemmungen gehabt damals und habe es dann halt auch gemacht über mehrere Jahre. In manchen Punkten haben Sie so eine Art Wiedergutmachung versucht, den Großeltern gegenüber. Wir haben es gehört, einfach mal die Schulden zurückzahlen. Sie haben Ihren Großeltern auch ein Auto geschenkt, ne? Ich muss fairerweise sagen, ich habe mein Großeltern das Auto nicht geschenkt, sondern ich habe es Ihnen... Guck mal, Fabo ist sub, Fabo doch VIP. Ich bin zur Verfügung gestellt für drei Jahre Leasing, kostenfrei. Was ist denn, so ein Polo, ein Lupo oder was war es? Das war ein Maserati. Das ist ein Maserati. Das fühle ich halt schon, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da sammelt Marcel auch immer wieder kranke Sympathiepunkte bei mir. Einfach ein Familienmensch, der sich wirklich um das Wohl und um das kümmert, wie es seiner Familie geht, der sehr gerne sein Geld mit Familie teilt und der wirklich dankbar dafür ist, dass seine Großeltern so nachsichtig mit ihm gewesen sind, obwohl er sich damals verhalten hat wie ein Kek, Digga. Das ist genauso wie bei meinen Eltern. Ich war das anstrengendste Dreckskind. Ich bin meinen Eltern auf der Nase nicht rumgetanzt, aber ich habe schon sehr viel Stress gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Und auch ein paar Dinge gemacht, die sicherlich wirklich abseits des Legalen überhaupt nicht cool sind. Ich habe da im Stream, wie gesagt, nie so viel drüber geredet und sowas. Will ich auch gar nicht großartig zum Thema machen. Ich will das auch gar nicht überdramatisieren. Kuschel, Teddy, danke für deinen Sub. Aber ich fühle das, dieses Bedürfnis zurückzugeben. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man halt seiner Familie extrem viel Pain bereitet hat und denen auf den Sack gegangen ist und so weiter und so fort und da wirklich extrem krasse Sachen abgegangen sind, dann ist es das Mindeste, dass wenn man mal gut Geld hat oder sich irgendwie selbstständig gemacht hat und damit erfolgreich ist, bla bla, wie auch immer, da auf jeden Fall was zurückgibt. Wisst ihr, was ich meine? Aber man hat eine Ahnung davon gekriegt, ihre Oma fährt gerne mal einen schnellen Stil. Opa meckert immer und sagt, das ist, ja, der zu modern und so vor seinen Kollegen, vor seinen Eltern und Kollegen, gibt dann immer ein bisschen Ahnung, ja, hast du den gesehen? Fährt aber am liebsten immer noch mit seinem alten Golf 3er, den er sich gekauft hat für Billiggeld, an dem man basteln kann, die neuen Fahrzeuge. Ich habe seine Großeltern, glaube ich, auch einmal, ja, doch, 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 ich habe seine Großeltern sogar, glaube ich, seine Oma zumindest getroffen, als ich Varro 2015, muss das gewesen sein, bei ihm oben im alten Zockerzimmer im Dachgeschoss aufgenommen habe, da war seine Oma, glaube ich, auch zu Hause und die habe ich kurz getroffen, glaube ich zumindest, die war mega, mega lieb, ich habe auch nur ein, zwei Worte mit ihr gesprochen, aber das muss man sagen, die Family von ihm und die Großeltern sind todesympathisch, no joke, also, so wie man sie halt in Storys und Videos kennt und den kurzen Einblick, den ich, den ich, glaube ich, damals bekommen habe, kann man nicht sagen, wirklich. Den kann er nicht so gut basteln. Übrigens damals auch ein Ehrenmove von ihm gewesen zu sagen, ich war in Hamburg mit meiner Familie, habe meine Familie nach Hamburg eingeladen, auch wieder so ein bisschen so, ah, ich muss mal zurückgeben, ich habe ein bisschen viel Scheiße gebaut damals und dann war Varro aufgenommen und ich habe das komplett verpeilt. Ich meinte so, Digga, was mache ich jetzt, ich kann im Hotel nicht Varro aufnehmen. Marcel angerufen, meinte, yo Bro, ich habe Laptop dabei, kann ich bei dir Varro aufnehmen? Er meinte so, nee, Digga, pass auf, wir machen es so, installiere alles auf dem Computer, ich habe OBS hier, spiele bei mir die erste Folge und hat geklappt, war mega geil. Küsschen nochmal dafür, Digga. Aber Oma mag den Wagen sehr gerne und Oma hatte immer zu mir gesagt, sie würde mal gerne nochmal ein neues Auto fahren mit moderner Technik. Opa dreht halt jeden Cent zwei-, dreimal um, also neu verzeugt, denke ich nicht, dass sie irgendwann mal noch von sich eins aus holen würden. Und deswegen hat Oma das Auto von mir bekommen für drei Jahre. Chillig. Und in diesem Reichtum und in diesem Glück und Erfolg kommt dann auf einmal vor zwei, drei Jahren die Depression, die Suizidgedanken, Nervenzusammenbruch, totale Krise. Haben Sie sich jemals gefragt, warum eigentlich? Sind das sozusagen die alten Dämonen, die da immer nochmal frech die Fratze zeigen? Ich habe sowas vorher nie gehabt, obwohl ich wahrscheinlich eher diese Gedanken hätte haben sollen, als ich in der Drogensucht war. Ich habe das nie gehabt. Ich denke, es ist ein Teil aus der alten Vergangenheit, ein Teil aus dem neuen Druck. Ich hatte nie vor, mir irgendwas anzutun. Umso erschreckender ist es, wenn der Kopf einem diese Gedanken gibt, obwohl man die gar nicht haben möchte. Ja, aber ich habe daran gearbeitet und aus jeder Negativphase, die man hat, kann man aber auch etwas, wenn man es wirklich möchte, etwas Positives für die nächste Negativphase wieder mitnehmen. Das ist eine Sache, kann ich vollkommen mit reingehen. Die stressigste Phase meines Lebens war gefühlt da, wo ich im YouTube-Haus gewohnt habe und halt gleichzeitig noch meine Ausbildung und alles gemacht habe. Das war wirklich anstrengend tatsächlich. Ich will aber auch hier wieder, wie gesagt, nicht rumquatschen. Mir ging es trotzdem sehr gut. Und jeder hat sicherlich in dieser ganzen Selbstständigkeit und YouTube-Geschichte mal irgendwo eine Phase, wo man halt so ein bisschen down ist und sowas. Ich muss aber auch, glaube ich, sagen, dieser Gedanke, wie wäre es jetzt, sich, so wie Montes sagen würde, wegzuräumen, auszuknipsen oder so, gefühlt, also zumindest bei mir im Freundeskreis, klingt jetzt super, super schlimm, aber gefühlt ist das leider Gottes für viele Leute schon Normalität geworden. Viele Leute hatten den schon. Ich selber, also ich habe mich damit nie so wirklich beschäftigt, aber ich weiß halt, wo das herrührt. So wisst ihr, was ich meine. Und kann nachvollziehen, wo sowas herkommt. Und ja, habe natürlich auch schon mal über sowas nachgedacht. Allerdings nicht im Sinne von, oh, es wäre so geil, sondern ich habe mir halt vorgestellt, okay, wie krass das ist, diese Sache halt zu machen. Versteht ihr, was ich meine? Sehr schwieriges Thema. Ist aber eine Sache, die tatsächlich bei, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Leuten erste Anzeichen von eventuellen Depressionen und suizidalen Zügen sind. Deshalb da ganz wichtig, sich immer, es klingt jetzt super dumm und das sagt jeder, aber sucht euch da sofort Hilfe. Es gibt eine Hotline gegen Selbstmord und sowas. Und vor allen Dingen, geht nicht hin und schreibt damit eure Streamer, YouTuber und TikTok-Leute an und sagt, mir geht es nicht gut, sondern geht bitte hin und sucht euch professionelle Hilfe. Wir können da nichts leisten. Wir können da nichts machen. Es ist wirklich wichtig, dass man sich da professionell Hilfe sucht und sich den Leuten öffnet, die einem am nächsten stehen. So ein Ding ist das nämlich. Ja, also Partys Interview, Digga, hat er gut gemacht. Da geben wir mal einen Daumen nach oben da. Aber, äh, extrem gemacht, Digga. Äh, Monster von Heimlich nach der Schau, Digga, 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 Digga. Endlich habe ich schon wieder angefangen zu zittern, Digga. So oft nicht Digga gesagt.